ich hoffe einfach nicht ich habe das weg vergessen also ihr könnt mir das ich will bekomme ja warum denn das das ist echt das verdient ist warum denn wir bekommen und zerstören wenn ich will werden bekommen wenn ich alles so fokussend das ist echt nur sozial von euch spielen du bist der prinzipien der menschlich kenne das ist alles propaganda was du hier sagt das ist keine lüge und einfach an uns nun zerstören das mit uns wir müssen ihn bekommen weil der wird auf es ist dann gegangen direkt belastbarkeit der belastbarkeit reinballern und kann bitte kein kanzler ziel da mal schön kannst dann ist nicht wenn es andere mal irgendwie mega aber ich brauche hier den kriegst du doch so oder so grover hier da auch nicht mehr und was ist mein tippel ist uns dann flank da muss ich mich ja verteidigen ach komm hier ich spiel es an der kampfschrei deck ok die kommen die kommen vorbei mir lang ja wieder weg ja nee das steht vor mir ja fisch gehabt nein die kommen alle jungs höfers hätte kann vielleicht sogar fast doch gekillt aber auch nur fast mein name ist trash mal dann war hat ordentlich jetzt mal dann war tot ich komme jetzt auch ach ich habe wieder den pferde back acht dankeschön danke spiel das hat ja heute noch nicht gereicht hat ja noch nicht dann war es ist einfach ein unfairer ich kann nichts machen doch vor ihr schießt mich an schießt mich an dankeschön ich bin tot ich habe alles gesniped scheiß pferde back das ist so eine frechheit der pferde back ist so eine frechheit wirklich warum muss ich jetzt so oft den pferde back bekommen heute warum hier kommen fress meine bomben ist meine granaten bringt er damme soll nicht auf die erde grove soll nicht auf viel gehen der gefühl auf hier alles klar es ist unschön aber ist halt so her aber ich versuche kronos zu kriegen kronos cello ich bin ich geht mit ihm ich habe den hier verfehlt sagt dass er weg der karl ich muss ein bisschen zurück da kommt das granaten freut euch eine runde ich glaube das wird wieder sehr schnell runde aber diesmal für die liegt alles an dem war an dem da liegst nicht doch du stanzt niemanden ich sehe zumindest kein du hielst nicht ordentlich weil du deine scheiß hielt nicht triffst und keine karte dafür im deck hast aber jetzt haben die in der karl für für chance die ich gar nicht wirklich spiele leute aufpassen gleich wegen der karl ja dann gehen wir wieder links damit wir weit von den karl wechseln ja ja lass links gehen hey arinos guck dir mal einen richtig schönen flügel an auf dem rücken ich sag dazu jetzt mal nichts guck dir doch mal wie schön die sind und dann träumen vielleicht das war's aber auch ich weiß einfach meine bomben rein und freu mich eine runde wow ich gehe ich flanke hinten entlang hinter uns ist ein tiger hilfe ich hab Deutsch maldamba sollte irgendwo hier los sein nice 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 komm friss oh ne ich werde wieder gedingst ich wurde wieder geguckt wie viel wie viel von den scheiß haben die denn bitte komm friss das brauche ich eine runde ja ich glaube das wird wieder eine sehr sehr schnelle runde dauer in diesem in diesem fall für die gegner karn imortiert hinter einer wand und ich treffe ihn ich habe mal dann was er gehört geht es nein ich will weg vom portal frechheit das ist frech ich wollte gerade durchziehen schade hallo tiberius hallo katze hallo meine kameraden mensch dieser scheiß ul die trifft doch nicht das ist eine frechheit die dredgeult die ist müllmännig ja ich habe es gemerkt komm ich treffe die katze nicht ich habe die katze nicht getroffen das war eine ganz kritische runde die haie wurden so zerstört wie ton sie haben einfach gesniped einfach über die ganze map ey luno ich wollte als du mich geholt dass es dich hinterherziehen weil ich war zu schnell droht ich weiß und ich schöne runde und krieg wieder einen pferdepack und werd dann wieder gekillt so eine pisser klar ey dieser pferdepack wärst du jetzt gespawnt hätte ich dich aus dem spawnt ausgezogen mit meiner holz